Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, leider ist in diesem Jahr alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie dürft ihr die Menschen nicht zu Hause besuchen. Ich möchte euch dennoch ermutigen, die Menschen in eurer Nähe und die Kinder in den ärmeren Ländern der Welt nicht aus dem Blick zu verlieren. Bisher seid ihr am Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar und an den Tagen davor von Haus zu Haus gezogen und habt den Menschen den Segen gebracht. Der Segen der Sternsinger ist ein wichtiges Zeichen der Hoffnung. Auch ich freue mich stets sehr, wenn mich Sternsinger-Gruppen im Bischofshaus besuchen. Das Jahresthema der diesjährigen Sternsinger-Aktion lautet Kindern Halt geben. Das Partnerland in diesem Jahr ist die Ukraine. Viele Kinder wachsen dort mit nur einem Elternteil, bei Großeltern oder in Pflegefamilien auf, weil ihre Eltern im Ausland arbeiten. Dies ist für die Kinder sehr schlimm. Oft kommen sie in der Schule schlechter mit als Kinder aus intakten Familien. Aufgrund der Corona-Krise ist die finanzielle Lage der Familie noch schlechter als sonst. Gerade hier helfen die Spendengelder der Sternsinger. Sie versorgen über die Caritas-Partner mehr als 200 Familien mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und weiteren Gütern. Auch wenn aufgrund der aktuellen Infektionslage euer Besuch an der Haustür nun nicht möglich sein wird, so bin ich dennoch überzeugt, dass ihr kreative Wege findet, die frohe Botschaft und den Segen zu den Menschen zu bringen. Viele von euch haben digitale Begegnungen organisiert oder versenden per Post einen kleinen Segensgruß und Kreide. Einige legen Aufkleber auf die Türen in der Kirche aus. Dieses Engagement ist großartig und verdient den größten Respekt. Ihr verschenkt eure Zeit, eure Hoffnung, eure Zuversicht auf ein besseres Leben. Dieses Geschenk ist das Schönste, das man sich vorstellen kann. Dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Die Welt wird ein besserer Ort durch euch. Ich grüße euch sehr herzlich und freue mich auf viele Begegnungen 2022. Bleibt gesund und bleibt gesegnet. Bereg, liebe Begegnungen 2022. Bauber. Mein Gegrüß. Blick. Gegrüß.